Musik Hier unter dem Schreibtisch meines Junior-Texters mache ich ja nun schon seit Jahren jeden Trend mit. Und den heißen Schietzel von gestern habe ich schneller verdaut, als irgendjemand neuer Trend sagen kann. Neuerdings lehnt sich mein kleiner Texter zurück, legt die Beine hoch und behauptet, jetzt müsse er nichts mehr tun. Das würde alles das programmatische Advertising für ihn machen. Naja, Freundchen Texterlein freuen sich mal nicht so früh und kippeln nicht so weit nach hinten. Was auch immer programmatisches Advertising sein soll oder programmatische Werbung, glaub kaum, dass die deinen Job macht und du trotzdem noch Geld vom Chef bekommst. Weiß man ja, wer sich zu weit nach hinten lehnt, verderbe auf die Schnauze. Kinder Faten Kinder Schlüger Kinder. Mignol. Trainer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017